Jedes Jahr am 4. Sonntag der Osterzeit findet der Weltgebetstag um geistliche Berufung statt. So auch am kommenden Sonntag, dem 25. April. Und anlässlich diesem Weltgebetstages um geistliche Berufung gibt es eine 24-Stunden-Gebetsaktion, an der wir, barmherzige Brüder, uns eben auch beteiligen. Und zwar wird am Samstag, dem 24. April, von 19 bis 20 Uhr eine eucharistische Anbetung stattfinden, die wir live auf unserem Facebook-Kanal barmherzige Brüder von Maria Hilf auch streamen werden. Dazu möchte ich Sie und Euch ganz herzlich einladen, daran teilzunehmen und mitzubeten in den Anliegen um geistliche Berufungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.